Warum ist denn der so zapplig? Bist du verheiratet? Nee. Also. Dirks. Ja, bitte. Gehen Sie bitte in die 5. Herr Manger möchte mit dem Unterricht aufhören und hierher kommen. Ja, das verstehe ich. Dann bin ich beruhigt. Wem soll Herr Manger eine 5 geben? In die 5. Ja, Klein? Ja, der ist hier. Moment. Wieso bin ich hier? Wenn ich einen Mantel an habe, bin ich so gut wie weg. Wer ist es denn? Bäcker Revier 5. Lamm, Kleiner.